Tja, ich hab alles richtig gemacht, alles richtig, alles auf Video, alles korrekt. Alles richtig, alles richtig, ich musste ja die Brainwashing-Sachen weg tun, alles komplett richtig. Alles richtig, alles komplett richtig, ich kann mich ja nicht gründerschen lassen, also logischerweise tue ich Brainwashing-Shit weg. Da kann man mir ja eine Anzeige machen, bringt ja eh nichts, bin ja unzurechnungsfähig, insofern mir egal. So ist das, so geht man mit Mafia-Fax um, mit Stupid Mafia-Fax, es ist mir egal, was Stupid Mafia-Fax wollen. Es ist mir egal, so einfach ist das. Alles richtig, den Stupid Mafia-Fax ist ja egal, was wir so wollen. Also bitte, dann ist es uns auch egal, was Stupid Mafia-Fax so wollen. Ganz einfach, ganz einfach, nur Gewalt erzeugt eben gegen Gewalt. Stupid Mafia-Fax, weg seid mit den Konsequenzen. Wir kastrieren eben euch das Stupid Mafia-Fax, wir geben euch die total strafe, Stupid Mafia-Fax. So ist die Realität, so ist die Ansage, das ist Militärgeheimdienst. Verrenkt mal richtig hart, Stupid Mafia-Fax. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier der richtige Ort ist. So, stimmt, ich will jetzt Party machen, tschüss! Alles Gute euch, Mafia-Fax verrecken mal richtig hart und alle anderen. Alles Gute, tschüss! Alles Gute, tschüss! Alles Gute euch, Mafia-Fax, verrenkt mal richtig hart und alle anderen, alles Gute, tschüss! Das ist wie wir machen, das ist wie wir rollen. G-E-T-U-B-E-T-U-B G-E-T-U-B-E Ich wünsche Ihnen viel Spaß, einfach viel Spaß. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Alles gut, alles gut. G-E-T-U-B-E